M-M-TV Ich mache nichts! Ich dir nichts mehr! Ich mache nichts! Ja, weiß ich nicht mehr! Ja, das war schmerzhaft! Ja, der weiß nicht mehr! Und mal rein, Leute! Weißt du, wie ich meine? Ja, der weiß nicht mehr! Natürlich! Keine Leute! Nichts mehr! Ich weiß, warum sie beruflich? Ja! Gar nichts! Und deswegen werde ich natürlich auch Ruhe, weil ich gar nichts bin! Hau mal rein, Leute! Weißt du, wie ich meine? Hast du schon mal den Haar zu bekommen? Jetzt habe ich was jetzt genommen? Hast du schon mal den Haar genommen? Habe ich ihn genommen? Habe ich es nicht genommen? Habe ich ihn beschuldigt? Habe ich ihn beschuldigt? Habe ich ihn zu schlimm? Habe ich verrunde? Nein! Nein! Sie können uns gar nicht! Sie können uns gar nicht! Sie können uns nicht! Sie wissen natürlich, wer Sie sind, ich bin Konsum. Ich weiß es nicht! Hören Sie mir jetzt mal aufmerksam zu! Ja, ich will ihn aufmerken, so in dem Maße, wie Alkohol drin ist, Alter. Ja, okay. Komm mal rein. Halli, hallo, hier ist es, ich mache mich hier, was ich bin, ich halte. Hau mal rein, Halli, richtig, ich halte. Ich mache mich, richtig, ich halte. Richtig, ich halte. Ich mache mich. Ich halte mich, ich halte mich. Ich halte mich, ich halte mich. Nein, nein, lass mal nicht. Richtig, ich halte mich, richtig, ich halte mich. Ich mache mich. Ich halte mich, ich halte mich. Ich halte mich, ich halte mich. Ich halte mich jetzt nicht in der Hand, Alter. Ja, jetzt mal ganz ruhig. Das ist ja schön. Mach mal zu, Alter. Hast du weiter? Nein, 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 nein. Halt und glücklich bist, Alter. Ich habe ihn nicht hier, weil ihr zu zweit als Feige Säule mich gerade als einzelne Person platt macht, Alter. Ich halte mich auch getrunken, Alter. Ja, schon wieder einer auf dem Mond. Ich weiß es nicht. Kannst du mir jetzt mal auf langsam zu versuchen, Alter? Ja, ich lebe auf langsam zu, so in dem Maß, wie Alkohol drin ist, Alter. Ja, okay. Komm mal rein. Soll ich jetzt mal ganz ruhig? Ist das schön. Mach mal zu, Alter. Machst du weiter? Ich wollte noch ein bisschen ernst werden, jetzt. Ernst werden wir nicht ernst. Ich sage mal eins. Wir haben jetzt drei Uhr nachts. Drei Uhr schon? Mhm. Ich will nur für uns jetzt hier leben und klafen. Was dann? Zumindest weiß es ja. Was ist denn da? Wenn das nicht so sein wird. Dann komm ich wieder auf die Wache. Und wenn er fragt. Nein. Dann ist alles klar. Dann ist er nur Wahnsinn. Echt? Ich bin wieder auf die Wache. Ich habe aber auch keinen Alkohol getrunken. Kontrollier doch bitte einfach, wie viel Alkohol du getrunken hast. Machen wir doch noch mal davon. Ja, wie viel denn? Ein Pummel oder zwei Pummel? Was schätzt du denn? Wie viele Pummel habe ich geführt? Ich bin gerne einfach. Bitte schätzt doch einfach. Nein, ich möchte nicht. Warum denn nicht? Kannst du das? Ich kann es nicht. Ich bin ganz nix fertig. Das weiß ich. Aber mit probier es doch einfach. Nein, ich möchte nicht. Bitte, Harry Weinfurt. 0-0 das wohl. 0-0? Meinst du echt? So drauf wie ich bin, da hast du recht. Weil du Harry Weinfurt bist. Hast du denn? So drauf wie ich bin, da hast du recht. Weil du Harry Weinfurt bist. Hast du denn?